Im heutigen Video sprechen wir über Cardano und zeigen euch, was alle Halter von Cardano jetzt wissen müssen. Cardano hat als achtgrößte Kryptowährung eine wechselhafte Geschichte durchlaufen und wurde von polarisierten Meinungen begleitet. Im Jahr 2022 fiel sein Preis um 82%, jedoch stieg er im Jahr 2023 um 46%. In Bezug auf die On-Chain-Aktivität von Cardano hat Sentiment berichtet, dass die Anzahl der Whale-Transaktionen im Februar 2023 deutlich gestiegen ist. Dies ist ein vielversprechendes Zeichen für Cardano. Seit dem Zusammenbruch von FTX im November 2022 haben wichtige Akteure 659,53 Millionen ADA im Wert von 235,5 Millionen Dollar akkumuliert, was ebenfalls positiv für den digitalen Vermögenswert ist. Die Korrektur von Cardanos Preis und seine Erholung von einem Rückgang im Jahr 2022 machen den Vermögenswert jetzt attraktiver. Obwohl die durchschnittliche Haltedauer der Token gestiegen ist, gibt es Sorgen über die geringe Zirkulation. Die Marktkapitalisierung von Cardano übertraf Anfang des Monats die der weit verbreiteten Meme-Kryptowährung Dogecoin, während sich ADA von seinem zweitgrößten Kursverlust erholte. Die Anzahl der täglich aktiven Adressen ist seit November 2022 gesunken. Das ist ein eher bärisches Zeichen. Dagegen steht aber auch ein positives Signal wie der Anstieg der Wahltransaktionen und die Akkumulation durch wichtige Akteure. Die negativen Indikatoren müssen jedoch auch genau beobachtet werden. Die Beobachtung der Wahlaktivität und die Stabilität von Bitcoin werden für Cardanos Erfolg entscheidend sein. Während Cardano mit einem Anstieg der Whale-Transaktionen im Februar 2023 glänzt, gibt es auch andere spannende Entwicklungen innerhalb des Cardano-Ökosystems. Einer davon ist der auf Cardano basierende algorithmische Stablecoin JET, der immer beliebter wird und einen beeindruckenden Reservesatz aufweist. Aber wie funktioniert JET genau und wie können Nutzer davon profitieren? Dazu kommen wir jetzt. JET, der Cardano-basierte algorithmische Stablecoin, wird immer beliebter und hat jetzt einen beeindruckenden Reservesatz von 488%. Mehr als 31,5 Millionen ADA-Token stützen die insgesamt 2,3 Millionen im Umlauf befindlichen JET-Token. Der Reserve-Token Shen des Projekts, der derzeit bei 1,07 ADA liegt, trägt zur Stabilität der USD-Währungsanbindung von JET bei. Durch den Kauf und Verkauf von Shen können Nutzer auch einen Anteil an den Transaktionsgebühren im Reservepool verdienen und von kurz- bis mittelfristigen Preisschwankungen profitieren. Der algorithmische Stablecoin JET ist ein formell verifizierter Token, der von der IOG entwickelt und von der Kotick Group herausgegeben wurde. Der Stablecoin wurde im September 2021 angekündigt und letzte Woche eingeführt. JET ist eine durch 400- bis 800-prozentige Überbesicherung abgesichert und wird durch den Token Shen unterstützt, wodurch das Vertrauen in einen Governance-Token eliminiert wird. JET wird von dezentralen Börsen wie Muesli's Web, Mint's Web und Wingriders sowie von großen Börsen wie Bitru unterstützt. Kürzlich hat der bekannte Cardano-Influencer ADA Wall angekündigt, dass es für Cardano und seine assoziierten Projekte viele aufregende Entwicklungen geben wird. Dazu gehören der fitnessbasierte Stablecoin USDA und die dezentrale Börse TeddySwap, die auf einem Stablecoin basiert. Cardano und JET sind zwei sehr spannende Projekte innerhalb der Kryptowelt, die jeweils ihre eigene einzigartige Geschichte erzählen. Während Cardano mit steigender On-Chain-Aktivität und einer wachsenden Zahl von Walfängern beeindruckt, sorgt JET, der algorithmische Stablecoin, mit seiner Stabilität für Aufsehen. Beide Projekte haben das Potenzial, die Zukunft der Kryptowährungen zu gestalten und sollten auf jedem Fall im Auge behalten werden. Cardano polarisiert. Bist du Fan von Cardano oder Kritiker? Schreib es uns in die Kommentare.